In diesem Video schauen wir uns ein ganz einfaches Beispiel dazu an, wie man ein Variationsproblem mithilfe der Euler-Lagrange-Gleichung lösen kann. Das Beispiel was wir uns in diesem Video anschauen werden ist folgendes, wir sollen im Zweidimensionalen den kürzesten Weg von einem Punkt x1, y1 zu einem Punkt x2, y2 finden. Die Lösung für diese Aufgabe wird dir wahrscheinlich schon klar sein und zwar ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten im Zweidimensionalen ganz einfach eine gerade Linie, also eine lineare Funktion. Wir wollen in diesem Video überprüfen, ob das auch tatsächlich rauskommt, wenn wir die Euler-Lagrange-Gleichung auf dieses Problem anwenden. Um das zu machen, müssen wir zuerst mal eine Formel für die Weglänge aufstellen. Das heißt, stell dir mal vor, wir haben so einen Weg zwischen den beiden Punkten gegeben in Form von so einer Funktion y abhängig von x. Die Frage ist jetzt, wie lang ist dieser Weg? Und diese Größe, die Länge des Weges, die wollen wir dann minimieren. Wir wollen ja den kürzesten Weg finden. Die Weglänge von so einer Kurve zwischen den beiden Punkten, die kann man sich mit folgender Formel ausrechnen. Die Länge L ist gleich das Integral von x1 bis x2 und wir integrieren über die Wurzel aus 1 plus y' abhängig von x zum Quadrat dx. Das heißt, wir integrieren von x1 bis x2 und wir integrieren über diese Funktion. Das hier ist die erste Ableitung von dieser Kurve y von x. Falls du dich fragst, woher diese Formel genau kommt, ich habe hier mal eine einfache Herleitung skizziert. Ich möchte darauf aber gar nicht so genau eingehen. Diese Formel, die ist ziemlich bekannt und ich bin mir sicher, du findest im Internet dazu eine genauere Herleitung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Formel für die Weglänge und diese Weglänge, die wollen wir minimieren. Das ist jetzt ein Beispiel für ein sogenanntes Variationsproblem. Bei einem Variationsproblem hat man irgendeine Größe s, die gegeben ist als ein solches Integral und wir wollen diese Größe s minimieren. Das heißt, wir suchen eine Funktion y, die wir hier einsetzen. In unserem Fall wollen wir die Funktion hier einsetzen. Diese Funktion y, die soll durch zwei bestimmte Punkte gehen und diese Größe s stationär machen. Das heißt, minimieren oder maximieren. In unserem Fall wollen wir s minimieren. Und im letzten Video haben wir gezeigt, um so ein Variationsproblem zu lösen, muss man die sogenannte Euler-Lagrange-Gleichung verwenden. Das heißt, wir müssen diese Funktion f hier, das ist in unserem Fall diese Funktion, die müssen wir hier in die Euler-Lagrange-Gleichung einsetzen und dadurch sollten wir dann auf eine Gleichung für y kommen. Also machen wir das mal. Setzen wir mal diese Funktion hier für f ein. Zuerst mal dieser erste Term, der wird 0 sein, weil die Funktion f, die hängt in unserem Fall nur von y' ab und nicht von y. Hier leiten wir nach y ab. Das heißt, dieser erste Term, der ist 0. Dann Minus der Ableitung ddx von df nach dy'. Das heißt, wir müssen diese Funktion hier nach y' ableiten. Das ist nicht so schwer. Eine Wurzel ist ja nichts anderes als hoch 1,5. Hoch 1,5 wird so 1,5 mal hoch minus 1,5. Das heißt, wir erhalten dann 1 plus y' zum Quadrat hoch minus 1,5 mal 1,5. Und dann noch mal der inneren Ableitung. Das heißt, das hier unter der Wurzel nach y' abgeleitet. Und das ergibt 2 mal y'. Das hier kürzt sich mit dem weg und laut der Euler-Lagrange-Gleichung soll das Ganze 0 sein. Diese Gleichung, die können wir jetzt noch etwas schöner aufschreiben. Wir können diesen Nuller hier ignorieren. Dann können wir die ganze Gleichung mit minus 1 multiplizieren. Dann verschwindet dieses Minus hier. Und dann können wir noch dieses hoch minus 1,5 als 1 durch die Wurzel von dem hier schreiben. Das heißt, dann erhalten wir ddx von y', das bleibt hier stehen, dividiert durch die Wurzel von 1 plus y' zum Quadrat. Und das Ganze muss 0 sein. So, ich mache hier etwas Platz, dann können wir weiter rechnen. Und zwar, was jetzt hier steht, ist, dass die erste Ableitung von dieser ganzen Funktion hier 0 sein muss. Das hier ist ja irgendeine Funktion, ich kann sie mal g nennen, g abhängig von x. Weil y' ist ja abhängig von x. So, die erste Ableitung von dieser Funktion, die soll 0 sein. Das bedeutet, dass diese Funktion hier eine konstante Funktion sein muss. Das heißt, wir können aufschreiben, y' durch die Wurzel aus 1 plus y' zum Quadrat ist irgendeine Konstante, ich nenne sie mal c. So, jetzt stellen wir diese Gleichung auf y' um. Dazu holen wir zuerst mal diese Wurzeln auf die andere Seite der Gleichung. c mal die Wurzel aus 1 plus y' zum Quadrat. Dann quadrieren wir die ganze Gleichung. Dann erhalten wir y' zum Quadrat ist gleich c zum Quadrat mal 1 plus y' zum Quadrat. Die Klammer hier ausmultiplizieren. Dann erhalten wir c² plus c² y' zum Quadrat. Dann holen wir das hier auf die andere Seite der Gleichung. Dann steht hier y' zum Quadrat mal 1 minus c zum Quadrat ist gleich c². Und dann holen wir noch diesen Faktor auf die andere Seite der Gleichung. Und dann steht da y' zum Quadrat ist gleich c zum Quadrat dividiert durch 1 minus c zum Quadrat. So, und dann ziehen wir noch die Wurzel auf beiden Seiten. Und dann erhalten wir, dass y' gleich diesem ganzen Ausdruck hier ist. c ist jetzt nur eine Konstante. Das heißt, dieser ganze Ausdruck ist wieder nur irgendeine Konstante. Und diese Konstante, die nennen wir zum Beispiel mal k. Das heißt also, y' ist eine konstante Funktion. Um jetzt von y' auf y zu kommen, müssen wir diese konstante Funktion einmal integrieren. Aus einer konstanten Funktion wird eine lineare Funktion. Das heißt, k mal x plus irgendeine Integrationskonstante, die nenne ich einfach mal b. So, und das ist jetzt genau das, was wir haben wollen. Wir haben jetzt herausgefunden, dass die Funktion y, die den Weg zwischen den beiden Punkten minimiert, eine lineare Funktion sein muss. Wenn man jetzt noch diese beiden Konstanten k und b bestimmen möchte, dann muss man einfach noch verwenden, dass diese Funktion durch die beiden Punkte gehen muss. Das heißt, der Funktionswert bei x1 ist y1 und der Funktionswert bei x2 ist y2. Das sind zwei Gleichungen für zwei Unbekannte und damit kann man sich dann k und b bestimmen. Das wichtige Ergebnis, das steht aber schon da, und zwar ist der kürzeste Weg zwischen diesen beiden Punkten eine lineare Funktion. Das heißt, eine gerade Linie. Bei diesem Beispiel war eigentlich schon vorher klar, was rauskommen sollte. Im nächsten Video werden wir uns aber ein etwas schwierigeres Beispiel anschauen. Den Link zur Playlist, wo du dieses Video finden kannst, den findest du jetzt noch unten in der Videobeschreibung.